Da hinten ist ein Kerchtor und da wollen wir hin. Wir wollen da aber irgendwie die Frage aus. Ja, wir wollen jetzt erstmal hier gucken, wie das hier alles aussieht. Ob nicht schnell. Davon gleich mal rein, da hinten ist ein Abzweiger. Wie heißt das? Milchowlof, aber links. Das wird es nur sein hier. Den Robb-Split. Das war links. Hier wollen wir auch was nehmen. Mal sehen, was passiert. Stardewap. 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 Wir wollen hier erstmal kommen. Wir wollen gleich wieder hochkommen. Problemverstrichene Wände. Wir wollen jetzt ein bisschen Farben drüber. Mit dem Wasser kommen. Das ist weg. Das ist weg. Das ist weg. das kommt rechts auf Das war nun mal neun Gehäuser, aber schon lange her, vor 70 Jahren, da sind Putze ab. Hier von 1920, das haben wir auch fertig gemacht. Untertitelung des ZDF, 2020 Hier haben sie auch so ne Verkehrsschilder, Landsee 2, die ganze Kinder abgebildet haben. Das ist in Deutschland auch so. So wie hier dann alles. Holz. Das ist das geworden. Elektra-Geschäft. Ich greife hier auch, was das denn ist. Lass erstmal hier unten längs. Elektra-Längs. Bus-Terminell. Aufgegebene Läden, das haben wir aber auch. Osten auch. Da ist ein Asia-Bestrum. Gibt's da auch viel... Lass mal hier hochfahren, ne? Asiapestrum. Also da ist eine kleine Weckerlage, Haufbote vor. Und mein Geld mit der Putre-Bot. Hier oben. Hier ist die Kirche. Das haben wir schon gesehen haben. Das ist ein Kursseor. Ich bin gedacht, dass wir da sind. Die Fahrt schon da oben. Geht so unter der Fernstraße durch. Hier ist so eine Eisenfahrlinie da oben. Das ist so eine Eisenfahrlinie da oben. Hier ist nochmal ein Blick runter. Was für eine Brücke hier? Der Eisenbahn. Naja. Längs. Bahnhof hier. Bahnhof, Fahr, R und W. Bahnhof. Ja, gucken wir uns mal an hier. Sache ist... Gucken wir da auch noch weiter. Ganz kleine Straße. 2,50 Meter weit. 1,80 Meter. Genau. Boah, wach. Hier wird es wieder besser. Ja. Was wir hier alles erleben, ne? Dann kommen wir wieder schön runter. Dort wird das heißt. Ja, doch. Freigespülten Straßen. Das Wasser so klappert das bei den Bierkisten. Ja. 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 Das ist. Ja. 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 Gedenkstein für die Betriebene wahrscheinlich. So, jetzt fahren wir da rechts rum, oder da oben? Ne, ich muss auch, die oben rechts. Jetzt können wir den Gedenkstein für Betriebene entgegenstellen. Dann können wir den Gedenkstein aust backen. Und dazu kommen wir. So, jetzt definiere ich den Gedenkstein, für die doppelte Einschnechtung. Jetzt können wir noch mal die Kirche sehen, weil da ein Weinberg steckt, probiert. Ein bisschen Besseres weiß ich hier, ich finde das so groß ist. So, da steht alles Gute oder was steht an der Kirche dran? Hier steht irgendwas dran. Ein Gute. Gott, ein Gute. Das ist ja ähnlich. Jetzt ganz weit oben steht das dran. Und eine Uhr. So, wieder auf Stopp. Und dann fahren wir das mal hier weiterfahren. Und dann fahren wir das mal an. Post. Da hinten. MdK. Ja, das ist wie der Asi am Besuch. Jetzt fahren wir links. Da kann man sich gerade orientieren. Jetzt fahren wir aber links rum. Hier ist ne Türkenkaubel. Was ich sehe. Der hat ja einen tollen Ausblick da. Die rote Kuppel. Ja, was ich da drauf brauchen würde. Da würde ich einen Anzerdrehturm aufbauen. Das macht sich ja auch delikat. Ja. Jeden Tag möchte ich die Karte ohne anders ausgehen. Ja, nächstes Jahr kommt man vielleicht wieder etwas besser gemacht. Die Idee aufgegriffen. Ja, jetzt hinten links. Zettel, das ist ja rechts. Ja, gehör ich gehe auch von dem Ort. Opa, links! Opa, links! Heute 25! Das sind Leute herrisch. Und das war Bock. Pizza noch! Alles klar! Und jetzt! Untertitelung des ZDF, 2020